Die Belka, vielleicht macht sie das ganze ja und die Scheibe ist drin mit dem Bauertrick! Und dann gut durchgesackt von Berners und Liebeck, dann versucht es alleine, versucht den Pass nochmal Und das war ein Bomben-Safe von Justin Schröck, wie hat er den denn noch rausgefischt? Oh, den will ich in meiner Hintergrundkamera sehen, da völlig frei und dann in die Pfarrhand, Wahnsinns-Safe! Passend lang geht das Pulli, Pitzer, gar nicht mehr mit dem Anschluss, Zuckal, Tor! Zuckal mit dem Hammer! Er verlängert seinen Scoring-Streak, Peter Zuckal, Netz der 9-1! Denkbar ungünstiger Pulli-Verlauf! Boah! Boah! Was für ein toller Tor! Was für ein Tor! Das Tor des Tages, das Tor des Tages von Mika Reuter, keiner kann so ein Tor machen! Man schätzt sie da auf einen Halbmeter, der aber jetzt die Chance hat und macht das 3 zu 0 und kann hier überhaupt nichts mehr anbrennen lassen! Also Leipzig jetzt hier im Überzahlpunkt gelöst! Und das ist toll gespielt! Und das ist Schwarte! Überragend gehalten! Was für ein Save von Linus Schwarte! Da kommt sie ganz kurz hoch, bzw. er bietet sie ja wirklich fast nur an! 1.59 Uhr neben Letten! TOR! Patrick Klöpper, was ein Stepper! Zutieren! Auf der Schutzmöglichkeit jetzt probiert das Tor! Overtime-Winner! Descuadst! ESSCH! »